Warte, und da sind wir wieder! Wir wären ja gerade geschossen! Ja, das merke ich auch gerade. Rein hier. Wo? Was? Wie rein? Mein zweiten Mal kapiert das auch nicht, Freunde, wa? Du kannst mich doch mal an. Soll ich ins Auto? Wo läufst du denn hier lang? Achso, ins Auto. Mach doch was doch. Steh gar nicht oben links oder so, ne? Achso, steigen! Ich löse das nie! Los, jetzt fahr! Ja! Ey, jetzt hast du auch die Waffe? Auch? Ja, ich hab's auch. Jetzt geht's los, Freunde, jetzt geht's los! Unendliche Munition! Ach, das ließ du, ne? Zieh! Zieh da fast! Hm. Ja, das war das Falsche. Egal, das ist noch Motorrad. Ja, das war ich. Ach, komm, hör doch auf. Vor uns. Ich mach hinter uns, du machst vor uns, ja? Klar. Wenn ich das hinkriege. Ach, sind wir hier wieder. Komm, ja. Vielleicht war das auch eben unser Fehler, dass wir diese Waffe eben nicht beide hatten. Ja, das kann gut sein. Das ist ja nicht normal. Meine Güte. Guckst du vor uns, ja? Ja, alles gut. Guckst du vor uns, ja? Ja, doch. Oh. Alles gut, kein Problem, ich bin da. Mit mir kann nix schief gehen. Na ja. Guckst du hinter uns? Ja. Ja, dann ist gut. Und dann fahr doch weiter. Ich fahre nicht, ich schieße nicht. Ich rede auch nicht mit dir. Ach so. Hör gesprochen, es gibt ja zu selbstgespräche. Natürlich. Guckst du vor uns? Ja, natürlich. Okay. Sicher, die Straße, schau. Alles kapiert. Kapiert. Kapiert, alles kapiert. Wartel auch, ey. Binder uns. Guckst voll gut nach hinten. Das passiert. Wie gewaltvoll dieses Spiel ist, das ist furchtbar. So war das normal, so wie jeden Tag, auch. Wieso habe ich keine Munition mehr? Ups, ich hab da aber die ganze Tag steht da jetzt. Das war meine... Hier kamen doch gerade eben böse, böse Autos. Was sind die denn jetzt? Sind alle weg. Oh, boah. Eli. Wo? Da ist mir schon klar. Wir haben ein Auto hochgepackt. Ja, ich bin dabei. Ist unser Auto noch halbwegs okay? Ich glaub... Naja. Och man, ich will wenigstens ankommen. Ey, wieso? Die fliegen in die Luft, die Autos, und dann kommen die auf einmal wieder. Ja, das ist doch ganz normal. Boah, hier wackelt nur noch alles. Wie soll man sich denn da auf das Spiel konzentrieren? Och, ja. Ich freu mich schon auf Teil 4. Ja, und unheimlich. Das Spiel ist auf der Gamescom vorgestellt worden. Ja, da war ich wieder. Nein, wirklich. Ja. Das ist meine an dem Stand von den... Vierer. Übrigens, du hast immer noch hier bei Skype Gamescom stehen, ne? Was Gamescom? Ja, in der Statusleiste. Gamescom 2013. Ja, und? Nö, ich wollte nur sagen, dass hier vorbei ist. Du hast da high at all. Voll spannend. Ja. All umfassend. Du guckst nach vorne. Ja. Sagst du das nicht? Nein. Nicht wirklich. Guckst du nach hinten? Ja. Ja. Na ja, keine Munition. Weil wir ja unendlich haben, ne? Wir müssen keine verschwenden. Ja, genau. Meine Tür ist auf. Ey, ich kann doch jederzeit rausfallen. Wie im echten Leben halt. Wie auf Deutschlandstraßen. Oh, leck. Nö. Nö. Let me guess. Straßensperre, Straßensperre. Bin auch dabei. Ja, ich sehe nichts mehr. Da vorne ist doch Vieh. Was für ein Vieh? Na ja, der ging schon. Ups. Das war ne. Bin gleich tot. Äh. Wie lange denn noch? Ich kann nur noch das nochmal zu machen. Ja, frag mich mal. Huh. Oh, nicht verfährt er sich jetzt nicht wieder. Ey. Ja, guckst du nach hinten. Ihr Ziel wird gescannt. Das weiße. Das ist... da ist er die Polizei der Wagen brennt nein nein so Freunde wir beenden hier den Teil was wieder? ach ja ne wir waren ja eben schon 5 Minuten hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih und steigst bitte direkt ins Auto steig bitte ins Auto bin dabei ich habe hier gerade ein kleines Problem hier ist es er hat auch steigt es hat auch so ein woher kommt schon wieder dieser Pick-up und noch mal und wieder von vorne so er sagt im Auto nichts passieren ja super also gut funktionieren den letzten Teilen jeder Schuss muss sitzen er kommt gleich die Szene da ist so kann man nicht abkürzen das Auto fliegt auch jedes Mal andere Richtung kein Problem alles gut der braucht wenn du musst das auto wahrscheinlich anvisieren und dann irgendwann kommt sie erfasst wir können auch was du nur schließen ja ich weiß du kannst vorher schießen aber dann triffst du nicht doch wenn du drauf fällst du bist nur ziel treffen können der soll am arschig wenn du das nicht fernst du musst du tun hier hoher das glaube die auch schicken machte sechs an unser Auto straßensperre straßensperre die Lasse ist jedes Mal mann die Autos erscheint aus dem Nichts ja das ist doch normal bei solchen Spielen das würde mich nicht wundern wenn ihr auf einmal was weiß ich hergebildet werden oder so auf einmal jener Enterprise erscheinen weiter ja macht ja so viel Spaß langer langsamer schneller fahren ja jetzt ist hier wieder so ein Auto erschienen weil aus dem Nichts erscheinen die das ist so wie an den Haaren herbeigezogen wie der zum Beispiel ja straßensperre straßensperre jaha da kam ein polizeiauto das war im Weg schau jetzt nicht da durchfassen sagst du mir das was ich rede mit unserem Fan kein Wunder hat unser Auto so das war der Hubschrauber das war der Hubschrauber meine Güte was sind sonst woher hast du denn gedacht Düsenjet so ja manchmal auch nicht meiner ist so schnell wie der Düsenjet sehe ich manchmal schon gar nicht mehr wir schweifen ab ach so entschuldigung ja das fällt hier so na mein Gott ja irgendwie tritt er nicht aufs Gas ne kann halt sein guck mal 2,4,5 Symbolhammer da straßensperre straßensperre another one you have the another one oh dieses Auto dahinten waren wir soweit schon vorhin mal ja ja ich war glaube ich schon fast am Ende aber nein unser Auto muss hier wieder brechen also hinten siehts jetzt leer aus ja vorne nicht das Gefühl das Auto fängt da wieder Feuer oh Gott da hast du gut was zu tun ja allerdings so jetzt haben wir wieder kurz Ruhe da kommt aber schon der nächste der Köln schon wieder ne ehrlich ja ja die 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 pencils entfernt wo ist sie wir befinden und die die der dem 우� auch wissen schon wie viel immerhin 8.000 Westberg zehn Bonus aber vorher sagen das ich hoffe die nächste Mission ist ein bisschen einfacher ja das hoffe ich auch aber ich muss mit der Formel zu kaufen aber das und noch viel mehr wird erst im nächsten Teil passieren bis dahin und ja auch um und Prozent abgült